Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail den Big-Tech-Sektor. Bevor wir mit dem Big-Tech-Update starten, möchte ich gerne auf die gestrigen Aktien-Videos hinweisen. Detail-Analysen zu Palantir, SoFi und Etsy sowie Tesla, Shopify und SolarEdge. Link zu den Videos natürlich in der Videobeschreibung. Bevor wir uns die Einzelaktien anschauen, beginnen wir mit dem kumulierten Big-7-Chart. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta hier zusammen in einem Chart. Wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, Big-Tech am Support. Da haben wir darüber geredet, dass dieser Support hier halten muss. Das Level von 16,44 bis 16,69 US-Dollar hat gehalten. Und wie? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Big-Tech potenziell am Widerstand. Nachdem wir hier eine Impulskerze gesehen haben von 7,5%. Und wie hat Big-Tech bitte diesen Widerstand rausgenommen? Wir sind hier ausgebrochen aus dem Abwärtstrend. Wichtig ist jetzt, wir haben sie jetzt hier am horizontalen Level, diesen Chart. Darauf müssen wir achten in der kommenden Handelswoche. Man muss allerdings dazu sagen, das Momentum ist jetzt für den Moment hier ganz klar auf der Seite der Bullen. Was man hier eventuell sagen kann, wir haben möglicherweise im RS eine leicht bärische Divergenz zu diesem Hoch. Da waren wir stark überkauft. Wir sind aktuell nicht überkauft. Wir sind jetzt bei 62 im RSI in der Bullischen Kontrollzone. Umso wichtiger ist es, dass Big-Tech kleine Dips sind erlaubt. Wir können jetzt auch kommende Woche diesen Breakout hier backtesten. Potenziell auch nochmal die 20-Wochen-Linie hier backtesten. Aber Big-Tech darf hier kein Top ausbilden, sondern wir müssen hier durchziehen. Big-Tech ist sozusagen verdammt dazu jetzt hier auf Allzeithochs zu steigen. Was man auch noch sagen kann, ist, dass wir hier sehen, dass es der zweithöchste Wochenschlusskurs war aller Zeiten. Minimal höher als die Woche vom 1. November. Etwas höher auch hier als die Woche vom 24. Juli 23. 1. November natürlich 2021 gemeint. Und die einzigste Woche, die noch höher war, war die Woche vom 15. November. Also genau zwei Jahre später ist der Big-Tech-Chart jetzt hier wieder angekommen an den Allzeithochs. Und das muss man wirklich dazu sagen, da werden wir heute Abend auch im Marktbriefing im Detail darüber sprechen. Fatal für die Märkte wäre es, wenn wir hier wirklich ein großes Doppeltop ausbilden. Insbesondere, weil man ganz klar sagen muss, dass es dieser Chart hier ist, der die Märkte aktuell antreibt. Und dieser Markt muss stark bleiben, um dann potenziell den Nebenwerten die Chance zu geben, entsprechend nachzuziehen. Habt es auf dem Schirm. Aktuell ist das Momentum hier ganz klar auf der Seite der Bullen. Und jetzt schauen wir uns das hier noch im Tageschart an. Habt aber auch auf dem Zettel, das wird es hier natürlich. Wir haben den diagonalen Widerstand rausgenommen, den Abwärtstrend. Jetzt sind wir an einem horizontalen Widerstandslevel angekommen. Und das muss man durchaus vor allen Dingen kurzfristig hier ernst nehmen. Und jetzt sind wir im Tageschart. Wir sehen vor allen Dingen, der Freitag war enorm. Wir haben am Freitag einen Plus gesehen, hier im Big-7-Chart von 2,5%. Wir haben hier tief eine kleine Kurslücke geöffnet. Und die müssen wir als kleines Warnsignal im Hinterkopf behalten. Das heißt, falls wir jetzt hier Schwäche sehen sollten, wir haben am Dienstag Inflationsdaten. Es gab auch die Meldung von Moody's am Freitagabend noch kurz nach Handelsschluss. Wenn die Märkte sich hier ein bisschen erschrecken sollten zum Wochenauftakt, ein Backtest von diesem Level hier wäre erlaubt. Ein Backtest von dem Breakout als Support. Das wäre erlaubt. Das heißt, Big Tech darf sich hier in etwa einen Dip leisten von, ja, das sind immerhin um die 4,7 bis 5%. Also Big Tech dürfte hier durchaus etwas schärfer abdippen. Es muss allerdings so sein, dass das jetzt hier der Impuls war. Wackelig runterkommen, weiterer Impuls. Und dann schauen wir uns die Zielzone an aus der gesamten Korrektur vom 52 Wochen hoch. 127er knapp unter Allzeithochs. Die weiße Linie hier, das sind die Allzeithochs. Das 141er wären dann ganz knapp neue Allzeithochs. Und wenn Big Tech es schafft, hier aus den 2.000 US-Dollarn auszubrechen, dann sind das neue Allzeithochs im Big 7-Chart. Also habt es mal auf dem Zettel. Aktuell, Momentum, klar auf der Seite der Bullen. Ganz kurzfristig hier am horizontalen Widerstand angekommen. Dips sind hier erlaubt, keine Frage. Aber mehr muss aber dazu sagen, ein scharfer Dip wäre hier sogar erlaubt. Bis zu 4 bis 5 Prozent, was wir nicht mehr sehen wollen hier. Wie gesagt, das darf hier im großen Bild kein Doppeltop werden. Ansonsten müsste man damit rechnen, dass es eben doch nochmal kurz zu einer etwas größeren Korrektur kommen kann. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Jetzt gehen wir wie immer die einzelnen Aktien der Marktkapitalisierung nach durch. Wir fangen an natürlich mit Apple. Noch muss man sagen, ist sie die größte Aktie. Aber Microsoft gibt hier ordentlich Gas, wie wir gleich im nächsten Clip sehen werden. Aktuelle Marktkapitalisierung bei Apple 2,9 Billionen US-Dollar. Wichtig, wir sind am Freitag noch ausgebrochen aus den 183 US-Dollar. Aber das war das Allzeithoch von 2022, Januar 2022. Dieses Level haben wir jetzt rausgenommen im Apple-Chart. Wir sind jetzt horizontal angekommen von der gesamten Downzeit vom Allzeithoch. Am 61er und 65er Fibonacci, der RSI bei Apple steht hier auch bei 69. Wir sind hier kurz davor, heiß gelaufen zu sein. Wenn wir uns hier diese Distanz mal abmessen, dann sehen wir hier, dass wir auch am 88er Fibonacci in etwa angekommen sind. Das kann hier durchaus Widerstand werden, auch für Apple, passend zum Big-7-Chart. Wenn wir hier noch ausbrechen, dann schauen wir uns das Zwischenhoch an bei 190 US-Dollar. Da wäre die Aktie dann auch durchaus überkauft. Und sollte sie das rausnehmen, im übergeordneten großen Bild, haben wir die Zielzone für potenzielle neue Allzeithochs bei 207 bis 218 US-Dollar. Aber auch hier muss man durchaus nochmal auf dem Zettel haben, dass das hier eine scharfe Rallye war von dem Tief, was wir Ende Oktober gesehen haben. Apple ist zwischenzeitlich jetzt 12,7% wieder angestiegen. Es war die Bärenfalle unter die 200-Tage-Linie, die hier diese massive Rallye befeuert hat. Interessant bei Apple sind keine Gaps offen zur Downside. Sie hat hier alles bestens abgearbeitet. Wir sind ein paar Mal nach oben gegappt, haben das aber dann nochmal abgeschlossen. Das heißt, ein großer Dip bei Apple ist hier absolut nicht nötig und wäre demnach auch ein Warnsignal. Wir haben jetzt hier noch eine Kurslücke offen und zwar die vom Freitag, die darf sie schließen. Dip runter in Richtung 100-Tage-Linie, in Richtung 181 bis 179 US-Dollar wäre erlaubt. Darunter wollen wir Apple hier eigentlich prinzipiell schon nicht mehr sehen. Wir kommen zu Microsoft und die schauen wir uns zuerst mal kurz in dem Clip, im etwas größeren Bild an, um uns hier einen Eindruck zu verschaffen, wie die Aktie dasteht. Wir haben am Freitag auf Allzeithochs geschlossen, wir haben am Freitag auch am Tageshoch geschlossen Microsoft mit neuen Allzeithochs-Marktkapitalisierung. 2,75 Billionen US-Dollar und damit nicht mal mehr 10% unter der Marktkapitalisierung von Apple. Wichtig ist jetzt auch bei Microsoft dazu zu sagen, das ist hier extrem, was uns die Aktie zeigt, keine Frage. Allerdings sehen wir hier massives Momentum. Wir sind allerdings, was die Signallinien angeht, im MACD nahe an Allzeithoch-Momentum bei Microsoft. Also die gibt hier brutal Gas und das ist auch übergeordnet der Punkt, wo man durchaus Korrekturen gesehen hat bei dieser Aktie. Aktuell muss man aber sagen, ist das Momentum auch noch völlig intakt. Auch beim Momentum selbst haben wir aktuell neue Hochs, das heißt wir haben hier noch keine bärischen Divergenzen. Wir sehen jetzt den RSI, wie er den überkauften Zustand von 70 als Support nutzt und solche Phasen gab es immer mal wieder bei Microsoft. Ich habe das mal so ein bisschen backgetestet und das waren durchaus Indikatoren, dass die Aktie danach noch mehr Aufwärtspotenzial hat. Also nur weil sie jetzt hier überkauft ist, muss das kein Verkaufssignal sein. Ganz wichtig, seid hier vorsichtig. Vor allen Dingen über 366 US-Dollar hat man hier meines Erachtens mit Short-Positionen absolut nichts verloren. Wichtig ist aber auch, wenn sie dieses Level nochmal verlieren sollte, wir sehen hier am Freitag eben diesen starken Impuls und wir haben bei Microsoft, anders wie bei Apple, auch kleine, aber feine Gaps offen hier auf dem Weg nach oben. Die könnt ihr jederzeit auch nochmal abdippen, hier nochmal eine Korrekturwelle einlegen, potenziell die 346 testen, potenziell könnte sie sogar die 340 bis 335 und nochmal antesten. Wichtig ist, dass wir uns hier in diesem Bild ein höheres Tief abholen würden bei Microsoft. Im Moment Momentum noch völlig intakt, wir sehen hier auch meine Harmonic eingezeichnet. Ich habe hier durchaus mit Gewinnmitnahmen gerechnet, am 88er Fibonacci A allerdings haben wir gesehen, dass wir dann das 88er rausgenommen haben, das hier sogar gebacktestet haben. Am Donnerstag, wenn wir nochmal ganz genau reinschauen, dann sehen wir auch, dass das durchaus hinterhältig war für die Lehrverkäufer. Es hat hier einen Anschein, als würden wir möglicherweise ein Shootings da bekommen an Ort und Stelle, aber der Freitag hat das Ganze dann nach oben rausgenommen. Die Donnerstagskerze wurde stark geshortet, man sieht es eindeutig, Freitag nehmen wir das Top raus und dann kommt es hier zum Shortsqueeze. Seid mir vorsichtig bei Microsoft, Gewinnmitnahmen auf Allzeithochs kann man durchaus machen, shorten würde ich sie hier auf gar keinen Fall. Und habt die Zielzone auf dem Schirm, wenn die hier noch durchziehen sollte, Widerstände hat sie jetzt hier keine mehr. Am Freitag haben wir auch gutes Momentum mitgenommen ins Closing, dann ist die Zielzone bei Microsoft im Bereich von 382 bis 402 US-Dollar. Wir kommen zu Alphabet und hier ist aktuell viel Unruhe im Kurs. Ihr wisst, ich bin seit dem Support hier im Bereich von etwa 122 bis 123 US-Dollar in Long, bin aktuell auch bei Microsoft Long. Überlege jetzt aber hier bei Alphabet Gewinne mitzunehmen, mir ist das hier ein bisschen zu unruhig. Man sieht eindeutig, dass ich die Aktie von diesem Rising Wedge hier noch nicht so wirklich erholen konnte. Wir sind da nochmal herangelaufen, Verkaufssignal, dann gab es hier den harten Drop auf den Support, wir haben hier auch die Kurslücke geschlossen. Das war für mich ein Long-Signal, durchaus überverkauft gewesen, auch am Support. Jetzt muss man hier überlegen, ist hier der Zeitpunkt gekommen, nach einer Rallye bei Alphabet von etwa 10% Gewinne mitzunehmen. Wir sind noch unter der 50-Tage-Linie, das ist hier durchaus ein Level, was ich mal auf dem Schirm habe. Wenn ich hier Probleme sehe bei der Aktie, wenn wir jetzt sehen, dass das hier zum Widerstand wird, die 133 US-Dollar, dann werde ich hier mal die Chips vom Tisch nehmen. Was wir am Freitag gesehen haben, 100-Tage-Linie, wurde hier schön gekauft bei Alphabet. Aber wie gesagt, mir ist das aktuell hier nichts mit diesen ganzen Gaps, Gap nach unten, dann Gapst du hier wieder nach oben. Die kann jederzeit auch nochmal hier runterkommen, um dann hier eine Art W-Pattern zu bauen, möglicherweise hier einen Adam und Eva Doppelboden bauen. Das wäre dann durchaus ein Kaufzeitpunkt, wenn sie die 123 nochmal antestet, zusammen mit der 200-Tage-Linie. Wer hier an Bord ist, sollte meines Erachtens ganz genau auf die 133 US-Dollar achten, wenn wir uns hier festfressen sollten an diesem Bereich. Möglicherweise sogar eine kleine Falle drüber bekommen, dann wäre das ein Zeitpunkt für mich, hier wie gesagt die Chips vom Tisch zu nehmen. Die 50-Tage-Linie ist wichtig, da braucht man Tagesschlusskurse drüber. Wenn wir die bekommen über 133 US-Dollar, kein Widerstand bis 140 US-Dollar. Und wie gesagt, gänzlich ausschließen, dass sie das dann rausnimmt, kann man nicht, dann wäre das nächste Ziel dann im Bereich 150 US-Dollar jetzt hier an Ort und Stelle. Ist für mich allerdings ganz klar der Fokus auf der 50-Tage-Linie. Und wenn ich sehe, dass die hier wirklich zum Widerstand wird, dann würde ich hier meine Chips nochmal vom Tisch nehmen. Wir kommen zu Amazon und die Aktie ist sehr schön unterwegs und hält sich auch, muss man sagen, technisch ganz genau an das Szenario, was wir für die Aktie auf dem Schirm haben. Wo wir auch in der letzten Woche darüber gesprochen hatten und Amazon ist hier möglicherweise der Alphabet-Aktie schon einen Schritt weiter. Wir sind durch das Rising Wedge gebrochen, wir haben hier potenziell jetzt einen Doppelboden gebaut. Kommt es jetzt hier zur Rallye, allerdings muss man dann wiederum sagen, bei Amazon wäre das dann zu dem Zeitpunkt erst der Backtest von dem Rising Wedge potenziell als Widerstand. Was wir bei Alphabet dann gesehen haben, dass das dann übergeordnet erst ein größeres Verkaufssignal war für den Moment. Achtet mir bitte bei Amazon ganz genau auf das Level von 146 US-Dollar und 40 Cent, ganz genau. Wir sehen auf der linken Seite, das war das August-Top 2022. Was passiert ist, als wir hier eindeutig Widerstand gefunden haben, ist bekannt. Wir haben hier auch schon mal Widerstand gefunden und zwar im September. Der Rest der Geschichte ist auch bekannt. Harter Abverkauf. Wie gesagt, danach der Doppelboden. Das müssen wir jetzt hier genau beobachten. Wichtig, diese Zone hier bei Amazon halte ich für absolut kritisch für die Aktie, vor allen Dingen zusammen mit dem Backtest des Rising Wedges. Sowas ist technisch ein Verkaufssignal und würde uns hier auch Kreuzwiderstand bieten. Allerdings muss man auch hier ganz klar dazu sagen, falls der Markt wirklich nach oben den Turbo zünden sollte und falls wir Schlusskurse bekommen bei Amazon über diesem Level, muss man davon ausgehen, dass der Markt die Chance hat, dieses Level hier komplett zu pulverisieren. Und wir sehen es dann auf der linken Seite auch, da sind dann keine Widerstände. Einmal bis 158 und übergeordnet dann bis 170 US-Dollar. Amazon ist hier aktuell stark unterwegs. Frisch hinterher springen hier auf keinen Fall. Wir haben die Aktie zuletzt immer wieder besprochen, hier auch am Support. Vor allen Dingen hier auch den Breakout nochmal angesprochen über die 134. Wir sehen auch, dass die Aktie hier nochmal im Momentum aufgebaut hat. RSI bei 65 überkauft. Ist sie nicht. Primärszenario ist für mich auch, dass sie diese Zone hier abholt. Da muss man ja ganz klar dazu sagen, das sind vom jetzigen Zeitpunkt aus noch ungefähr 1,8 bis 4% Aufwärtspotenzial bis 150 US-Dollar. Und da schauen wir uns die Aktie dann wieder ganz genau an. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Nvidia und hier bin ich extrem gespannt, wie Nvidia in die kommende Handelswoche starten wird. Das war eine brutale Short-Squeeze-Rallye. Man kann das nicht anders sagen. Seit Anfang November hat Nvidia hier um fast 24% zugelegt. Es war der Dip unter die 400 US-Dollar. Da hatten wir auch im Video darüber gesprochen, dass sich hier potenziell die Schulter-Kopf-Schulter-Formation aktiviert. Allerdings, wie oft haben wir das auch auf dem Kanal schon gesagt, es ist nie die erste Preis-Action, sondern was der Markt daraus macht. Und wenn du am 31. Oktober den Breakdown bekommen hättest, wichtig, hättest unter die 400 US-Dollar und das danach als Widerstand backtestest, dann ist der Short aktiv. Dann aktiviert sich diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation und dann wäre das Ziel auch zu suchen gewesen. Potenziell sogar im Bereich unter der 200-Tage-Linie. Es kam anders, es kam eine massive Reversal-Kerze. Achtet vor allen Dingen, wenn ihr shortet, das ist immer ein Trade und da müsst ihr technisch fit sein. Achtet auf solche Kerzen. Wenn ihr am Support eine Reversal-Kerze bekommt, dann ist man aus dem Short raus, meines Erachtens. Vor allen Dingen spätestens, wenn man dann hier den Breakout sieht. Rest der Geschichte ist bekannt. Die Aktie zertrümmert. Hier muss man wirklich sagen, aktuell nach oben. Die Shorts, wir haben am Freitag auch einen Schlusskurs bekommen von über 480 US-Dollar, 483 US-Dollar. Das ist hier jetzt aktuell höchstes Gefahrengebiet, dass sie sich hier auch noch die Zielzone abholt. 500 bis 528 US-Dollar. Nvidia baut hier gerade massives Momentum auf. Wir haben auch höhere, wir haben höheres Momentum hier vor allen Dingen auch als im Oktober. Also jetzt hier von dem einen Top, das wir zuletzt gesehen haben, aufs aktuelle Top. Keine bärische Divergenz. Signale in den Sinn im positiven Bereich. RSI ist bei 67, das heißt Nvidia ist hier nicht überkauft. Sie kann hier jederzeit noch die Zielzone abholen. Das wäre nochmal zwischen 3 und 9% Aufwärtspotenzial. Und wichtig ist dann auch, Nvidia hat am 21. November Earnings. Das ist nicht kommende Woche, sondern die Woche drauf. Und da muss man sagen, am Dienstag. Das wird meines Erachtens im Rahmen der Earnings Season eines der wichtigsten Events. Nvidia kann bis dahin durchaus noch ansteigen. Da müsste man allerdings hier in der Zielzone von 500 bis 520 extrem vorsichtig sein. Und weiterhin gilt für mich meines Erachtens, das ist hier keine Aktie, die man shorten sollte. Man kann sich das Ganze hier anschauen jetzt im Bereich von diesen lokalen Tops, ob man hier Gewinne mitnimmt. In dieser Zone dann Gewinne ohnehin mitnehmen. Definitiv angezeigt. Allerdings meines Erachtens weiterhin gilt, und das sagen wir seit Monaten auch auf dem Kanal, Nvidia ist für mich keine Aktie, die man shorten sollte. Wir kommen zu Tesla. Schaut euch da gerne das gestrige Aktienvideo im Detail an. Da gehen wir vor allen Dingen auch auf den Wochenchart ein. Ich habe hier nur kurz nochmal den Wochenchart eingeblendet, damit wir als Auftakt für die Analyse sehen. 50 und 200 Wochenlinie bei 207 und 208 US-Dollar. Und das wird hier seit drei Handelswochen aufgesaugt vom Markt. Alle Short-Positionen, die versuchen die Aktie drunter zu drücken, werden hier aufgekauft. Habt das bitte auf dem Zettel. Und das ist hier durchaus viel Druck, der sich aufbaut. Solange hier die 50 und die 200 Wochenlinie hält bei Tesla, ist die hier bei mir auf der Watchlist für einen potenziellen Long Trade. Muss ich ganz klar dazu sagen. Vor allen Dingen, wenn wir den Breakout sehen sollten aus diesem Abwärtstrend. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da. Abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Vor allen Dingen, weil wir sehen, dass sich das Pattern, was sich hier potenziell aufbaut, nahezu spiegelbildlich ähnelt mit dem Bereich, den wir gesehen haben zwischen Januar und Mai 2023. Erster starker Anstieg, erster starker Anstieg. Dann gab es hier die potenzielle Doppeltop-Bildung. Es gibt die potenzielle Doppeltop-Bildung. Wir sehen sogar möglicherweise das gleiche Gapdown wie damals. Gapdown in die Supportzone. Gapdown in die Supportzone. Danach ist die Aktie im übergeordneten Bild entsprechend ausgebrochen. Also seid mir hier bitte vorsichtig. Das kann durchaus ein interessanter Long-Trade sogar werden bei Tesla. Wichtig ist aber auch dazu zu sagen, dass wir unter der 200-Tage-Linie sind, dass wir aktuell auch unter der 20-Tage-Linie handeln, die wie so oft parallel läuft zum aktuellen Abwärtstrend. Und deswegen ist sie auch bei mir noch nicht im Long-Depot, sondern auf der Watchlist. Denn ich möchte sehen, dass der Markt hier weiter die 50- und die 200-Wochen-Linie hält. Das ist jetzt hier für mich der Bereich, wo es extrem spannend wird. Und bekomme ich hier den Breakout, dann werde ich hier was probieren. Dann zur Long-Seite mit Tagesschlusskursen unter der 50- und 200-Wochen-Linie. Und richtig, die Post abgehen sozusagen wird bei Tesla. Allerdings erst, wenn wir aus den 220 ausbrechen. Das ist dann hier vom 52-Wochen-Hoch das 23er Fibonacci. Und dann bricht sie uns auch hier aus der 200-Tage-Linie aus. Und dann ist das Mindestszenario für mich zu sehen im Bereich von den übergeordneten Tops. Und ein starker Bullcase wäre dann sogar denkbar der Breakout aus dem Abwärtstrend. Dann Targets über 300 US-Dollar jetzt hier für den Moment. Allerdings, um eben auch hier zu entscheiden, ob das hier ein tradable Setup ist oder nicht. Muss man sich jetzt hier anschauen, ob die 206 bis 207 US-Dollar halten. Ob die 50- und 200-Wochen-Linie gehalten werden kann von Tesla. Und der Breakout, den halte ich dann eben durchaus für interessant. Und richtig spannend wird die Aktie, wenn sie hier, das ist absoluter Kreuzwiderstand, die 218 bis 220 US-Dollar rausnimmt. Das ist die 20-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie und das 23er Fibonacci der Downside. Und dann öffnen wir eben 38er bis 61er. Dann wäre das Mindestziel 233. Und hier das Basisziel im Rahmen vom 61er und 65er Fibonacci werden dann diese Tops bei etwa 260 US-Dollar. Wichtig ist aber auch dazu zu sagen, bricht die uns hier den Support, dann haben wir eine absolute Indikation, dass sich diese Harmonic hier ausspielt. Wir waren hier am C bei einem 78er Fibonacci. Dann hätten wir auf dem D auch ein Target von einem 88er hier in etwa. Und das wäre dann eine Zielzone bei Tesla von etwa 160 bis 165 US-Dollar. Wichtig, dafür muss sie aber ganz klar die Tiefs rausnehmen. Von Ende Oktober brauchen wir Kurse unter 194 US-Dollar. Wir kommen zu Meta und die Aktie performt aktuell wieder alles in Grund und Boden. Alleine am Freitag ein Plus von 2,5 Prozent. Wir schauen uns hier zuerst mal im großen Bild die Zielzone an für Meta. Das sind 344 bis 361 US-Dollar. Nehmt diese Zone extrem ernst. Das ist hier auf der linken Seite harter Widerstand bei Meta. Und vor allen Dingen von der gesamten Downside ist das hier auch dann das 88er Fibonacci. Das ist hier absoluter Widerstand für Meta und auch eine Zielzone, muss man sagen, für Gewinnmitnahmen. Und jetzt schaut euch bitte diese v-förmige Erholung an. Wir haben darüber gesprochen, wenn Meta unter 300 US-Dollar fällt, dann ist hier die Zone von 280 wichtig. Aber dass der Markt hier so aggressiv zupackt, das kann man natürlich entsprechend nicht auf dem Schirm haben. Aber seitdem hat sich Meta hier bereits erholt um 17, 18 Prozent. Zeigt hier wirklich die Definition einer v-förmigen Erholung. Gerade am Freitag hier auch nochmal richtig Druck reingekommen mit dem Breakout aus dem lokalen 88er Fibonacci. Die Aktie ist kurzfristig hier auch nicht überkauft. Hat jetzt ein RSI von 63. Man muss dazu sagen, Big Tech bis auf Microsoft, die aktuell alles in Grund und Boden performt, ist Big Tech aktuell hier kurzfristig auch nicht überkauft. Und das Momentum ist ganz klar auf der Seite der Bullen, auch bei Meta. Wir bauen jetzt hier gerade richtig schön an Momentum. Auch die Signalien sind im positiven Bereich. Kaufsignal ist natürlich aktiv. Und auch der Indikator baut sich hier gerade sehr schön auf. Wir sehen auch jetzt gerade hier in den letzten Tagen des Anstiegs steigendes Volumen bei Meta. Meines Erachtens hier Primärszenario für die Aktie. Wo man dazu sagen muss, hier potenzielle Doppeltop-Gefahr natürlich mit dem Level von 330. Und das gilt für die Big Techs allgemein. Die dürfen sich jetzt hier an diesen bisherigen Hochs nicht festfressen. Wir dürfen hier keine Doppeltops bekommen. Ansonsten wird das sehr, sehr gefährlich, weil wir eben wissen, dass der Markt vor allen Dingen auch auf Big Tech schaut. Und wenn wir sehen, dass Big Tech wirklich der Saft ausgeht, könnte man sagen, dann muss man eben damit rechnen, dass am Gesamtmarkt auch das Momentum negativer wieder werden kann. Und das ist natürlich hier korrekturgefährdet. Keine Frage. Vor allen Dingen Meta hat tief viele Kurslücken. Wir wissen Bescheid. Lokal ist hoch, 52 Wochen hoch, ist bei 330 US-Dollar. Das muss sie rausnehmen. Dann Ziel 344 bis 361. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass sie hier nochmal die 300 US-Dollar backtesten kann. Meta möchte aktuell eher keine Backtests zeigen. Wenn es einen Backtest geben sollte bei Meta, dann kann der ausfallen im Bereich von etwa 320 US-Dollar. Und wenn es eine etwas schärfere Korrektur werden sollte, dann sehen wir die 20-Tage-Linie bei etwa 311 US-Dollar. Da drunter, wenn wir die Aktie allerdings nicht mehr sehen, Zielzone 344 bis 361. Und man muss auch hier ganz klar dazu sagen, auch wenn wir hier eine kleine Doppeltop-Gefahr sehen, ich denke, das Risiko ist es hier eher nicht wert, die Aktie zu shorten. Geht diesen Bullish einen Momentum aktuell. Wenn ihr bearish seid auf dem Markt, das ist auf diesen Levels hier nicht auszuschließen. Das muss man auch sagen, teilweise ist es von den Bewertungen her möglicherweise sogar vernünftig, die Aktien überbewertet zu sehen. Aber geht für den Moment bitte diesem brachialen Bullish Momentum hier eher aus dem Weg. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.